Wie erkenne ich eine Schilddrüsenunterfunktion, eine Hypothyreose? Oft bekommt der Arzt durch die Schilderung des Patienten schon die ersten Hinweise, die ihn so eine Diagnose vermuten lassen. Wie das genau passiert, erfährst du natürlich in diesem Video. Also bleib dran! Herzlich Willkommen bei Revolution Pharmacy. Mein Name ist Reuter, Jan Reuter. Wenn man ein Abo schenkt, darf Jan zu mir sagen. Weil manche Symptome, wie etwa Müdigkeit, zunächst nicht eindeutig sind, sondern bei vielen Erkrankungen und auch bei sonst gesunden Personen regelmäßig auftreten oder auftreten können, kommt es einfach darauf an, eine Unterfunktion überhaupt in Betracht zu ziehen. Das heißt aber nicht, dass jeder, der müde ist, eine Unterfunktion hat. Oder jeder, der etwas fester geworden ist, eine Unterfunktion hat. Klar kann ich das überprüfen, aber das ist nicht immer der einzige Grund. Um eine entsprechende Vermutung zu bestätigen, kommen folgende Maßnahmen in Frage. Natürlich Blutuntersuchung bei deinem Hausarzt erstmal der TSH-Wert. Und am Anfang der Diagnostik steht die Bestimmung des Laborwertes TSH, der einfach wichtige Hinweise auf eine Schilddrüsenfunktionsstörung geben kann und wird. Und bei einer Unterfunktion des Brüsengewebes ist der TSH-Wert übrigens erhöht und liegt hingegen der Regulationsstörung im Bereich der Hirnanhangdrüse oder des Hypothalamus vor, dann sind die TSH-Werte zu niedrig. Und der Normbereich des TSH-Werts liegt so zwischen 0,4 und 4 Millijunits pro Liter. Eventuell werden zeitgleich oder anschließend die Schilddrüsenhormone ermittelt. Die liegen bei einer Unterfunktion unterhalb oder gerade noch im Normbereich, das nennt man dann auch kompensierte Hypothyreose. Bei der Hashimoto-Tyrioiditis lassen sich zudem meist bestimmte Antikörper gegen Tyroglobulin, also die Antikörper und die TPO-Antikörper, Tyroxinperoxidase im Blut nachweisen. Durch Ultraschall dann noch können die Größe, die Beschaffenheit der Schilddrüse dann sehr, sehr genau auch schon beim Hausarzt beurteilt werden. Natürlich gibt es dann den Radiologen, der das noch besser kann, aber der Hausarzt reicht am Anfang aus. Bei einer Entzündung der Schilddrüse erscheint die dann im Ultraschall typischerweise dunkel, nennt man Echoarm, und mit einem unregelmäßigen Muster, also inhomogen. Das sieht nicht gleichmäßig aus. Und für eine Untersuchung der Zellen können der Schilddrüse unter Ultraschallkontrolle auch kleine Gewebeproben entnommen werden. Das nimmt man dann Feinnadelbiopsie, das wird ganz fein was entnommen. Und für die Diagnose oder Therapie von einer Schilddrüse unter Unterfunktion ist eine Feinnadelbiopsie aber nicht nötig. Was passiert jetzt eigentlich bei der Sintigraphie? Da, da wird die Funktionstüchtigkeit der Schilddrüse untersuchenden Patienten mit dabei eine radioaktiv markierte Substanz in die Vene gespritzt und liegt jetzt eine Unterfunktion vor. Dann nimmt die Schilddrüse diese Substanz nur in ganz geringem Maße oder überhaupt nicht auf. Und zur Diagnose, zur Therapie und Ursachenfindung ist eine Sintigraphie nicht unbedingt nötig. Wie erfolgt jetzt die Therapie? Wie nehme ich ein L-Tyroxin ein? Was ja mit Abstand das häufigste Mittel ist, was da eben verschrieben wird. Ziel ist es einfach, diesen Hormonmangel auszugleichen und damit die Beschwerden zu beseitigen oder zumindest zu lindern. Manchmal geht es schneller, manchmal zu schnell darf es auf keinen Fall sein, manchmal dauert es ein bisschen. Weil die Unterfunktion aus einer Unterversorgung mit Schilddrüsenhormonen resultiert, werden diese Hormone dem Körper, die er selber eigentlich herstellt, zusätzlich in Tablettenform zugeführt. Von wenigen Ausnahmen abgesehen, muss diese Behandlung lebenslang und ohne Unterbrechung erfolgen. Es ist wichtig, dass man das Steady State einnimmt. Bei Jodmangel als Auslöser kann zusätzlich Jod verabreicht werden und in Deutschland kommt eine Schilddrüsenunterfunktion aufgrund eines schweren Jodmangels praktisch nicht vor. Ja, das ist schon lange her, dass es sowas häufiger gab. Und ab wann die Einnahme von Schilddrüsenhormonen angebracht ist, das entscheide nicht ich oder du. Das hängt von verschiedenen Faktoren ab und dann entscheidest du es gemeinsam mit deinem Arzt. Und so spielt es zum Beispiel eine Rolle, wie alt der Patient ist, ob die Frau schwanger ist oder ob Begleiterkrankungen vorliegen. Und abhängig von diesen und vielen weiteren Einflüssen müssen Arzt und Patienten eine ganz individuell angepasste Therapie erarbeiten. Und eingenommen werden Tabletten einfach mit synthetisch hergestellten Tyroxin, T4, das mit dem in der Schilddrüse hergestellten T4 identisch ist. Das ist das Gleiche in deinem Körperkenntnis und L-Tyroxin sollte nicht gemeinsam mit anderen Medikamenten eingenommen werden. Das ist wichtig. Und die Höhe der erforderlichen Dosis wird vor allem bei älteren Patienten oder länger bestehender Unterfunktion meist durch eine einschleichende Therapie ermittelt, wie bereits angedeutet. Das bedeutet, begonnen mit einer geringen Konzentration und diese wird begleitet von Blutuntersuchungen natürlich kontinuierlich bis zum ausreichenden Maß gesteigert. Grund für die Vorhergehensweise bei einer zu hohen und zu schnellen T4-Gabe, dann drohen Symptome einer Schilddrüsenüberfunktion, Herzrhythmusstörung. Das gilt es natürlich zu vermeiden. Also nie im Rahmen einer Diät oder sowas einfach mal die Dosis erhöhen. Die Therapie muss zwar lebenslang erfolgen, doch dafür können Betroffene bei korrekter Einnahme auch ein völlig normales Leben in der Regel führen. Und Kontrolluntersuchungen finden dann zu Beginn der Behandlung erst monatlich statt und haben sich dann Blut- und Hormonwerte, insbesondere der TSH-Wert, dann völlig normalisiert oder ist im grünen Bereich. Dann wird der Kontrollrhythmus auf halbjährlich, später auf jährlich umgestellt. Das zweite Schilddrüsenhormon T3 wird im Körper aus dem T4 in der erforderlichen Menge einfach hergestellt. Nur ausnahmsweise, nämlich wenn bestimmte Enzymdefekte oder Hormonbildungsstörungen aufgrund von chronischen Lebererkrankungen vorliegen, wird eine Kombinationstherapie mit T4 und T3 benötigt. Das kommt selten vor. Wann empfiehlt sich nun die Einnahme von Jod? Nun ja, in Deutschland ist die Jodversorgung ausreichend, Gott sei Dank. Das ist eine Schilddrüse, eine Unterfunktion praktisch nie auf einem, praktisch nie, nicht auszuschließen, aber praktisch nie auf einem Jodmangel beruht. Und eine zusätzliche Jodzufuhr bei Autoimmunerkrankungen der Schilddrüse mit Schilddrüsenunterfunktion ist nicht sinnvoll. Nur in der Schwangerschaft und Stillzeit ist eine zusätzliche Jodzufuhr für Frauen mit Schilddrüsenunterfunktion empfehlenswert. Auch hier bespreche ich es mit Arzt und mit Hebamme und Frauenarzt natürlich. Betroffene Mütter sprechen am besten mit diesen drei Spezialisten, um einfach die geeignete Dosierung herauszufinden. Es gibt keine spezifischen Ernährungsempfehlungen für Menschen mit einer Schilddrüsenunterfunktion. Vielmehr gelten die allgemeinen Tipps durch eine ausgebogene Ernährung und ausreichend Bewegungen, das Körpergewicht im Normbereich halten bzw. abnehmen. Im Vordergrund steht natürlich zunächst die Schilddrüsenwörter zu normalisieren. Die Gewichtsabnahme, sofern sinnvoll, soll erst danach erfolgen. Wenn du diese Informationen wertvoll findest, freue ich mich natürlich. Dann freue ich mich natürlich auch, wenn du noch mehr, wenn du sie teilst, mir ein Abo schenkst, die Abo-Glocke betätigst. Mein Name ist Reuter, Jan Reuter. Wer mir ein Abo schenkt, darf Jan zu mir sagen, zieh die Mundwinkel nach oben. Love, Peace, Bye.